Hallo und schön, dass ihr heute wieder bei Let's Play World of Tanks dabei seid. Mit dem Replay von Husky Games in seinem Foch 155. Besonders schön an der E-Mail, die er mir geschickt hat, war, dass er sogar begründet hat, warum ich denn das Replay nehmen sollte. Kommt öfters mal vor, aber ich fand seine Begründung eigentlich ganz stimmig und schlüssig. Und zwar hat er geschrieben, von wegen, ja den Foch 155 hast du eh noch nie gezeigt und es ist wohl der meiste Schaden, der jemals auf deinem Kanal gezeigt worden ist. Ob es der meiste ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er sehr hoch. Aber das war eine so stimmige Begründung, dass ich dann sagen muss, Husky Games, natürlich zeige ich dein Replay mit dem Foch 155. Und was ich jetzt sehe, gefällt mir schon mal saugut, dass er nicht auf den Hügel fährt, so wie der Waffenträger und der FV, sondern nein, er fährt woanders hin. Das sieht man nicht so häufig, dass das jemand macht, von dem er gleich schön zu sehen. Und er schreibt Best Team Ever, wegen, ich glaube wahrscheinlich, wegen diesen vielen Leuten hier drüben. Naja, aber er ist hier schön alleine, von dem er seine drei Granaten im Magazin kann er hier anbringen, ohne dass ihm jemand irgendwas davon wegnimmt. Er schreibt auch Please Push. Aber ich glaube, der Hügel, der bleibt da so stehen, das altbekannte Thema. Und da hat er ein Objekt. So. Erster Treffer sitzt. Vom STI hat er nebendran noch eine reinbekommen. So, er pusht jetzt auf das Objekt drauf. Nochmal ein Treffer. Und der muss... Oh, er prallt noch mal ab. Und da macht er ihn weg. 1.950 Schaden. Zwei Abpraller vom ST und vom Objekt. Das läuft schon mal gut los. Jetzt hat er natürlich das Problem des Reloads, aber, so wie es aussieht, drückt keiner auf ihn drauf. Das ist sehr, sehr angenehm für ihn. Dementsprechend kann er sich gleich wieder den Gegnern annehmen. Jetzt fährt der E75 da mit. Das heißt, er kann sich jetzt ein bisschen umorientieren und dann dem ST wahrscheinlich ins Heck schießen. Aber man hat gesehen, drei Granaten, das sind gar nicht so viele. Der Reload ist dann sehr lang. Aber dafür, wenn er nachgeladen hat, eidert aus. Da geht einiges raus. Und der Reim war nicht beabsichtigt, aber er ist am Ende gern genommen gewesen. So. Jetzt die Frage, kommt da der ST oder was passiert da jetzt? Da ist er. Kommt aber nicht drauf. Der müsste noch ein Stück weiter vorkommen. Er wartet jetzt erstmal. Er macht jetzt hier nicht den aggressiven Push darauf. Ist auch richtig so, definitiv. So, aber jetzt ist der Hügel soweit gecleared und sein Team hat den Hügel. Das ist auf Minen sehr wichtig. Da wäre der ST. Jetzt ist er offen. Das ist die Frage. Drückt der ST drauf? Denkt sich, ah ja, ein Hit. Den kriege ich schon raus. Oder was macht er? Jetzt hat er auf jeden Fall geschossen. Erster ist von ihm wiederum verschossen. Aber der Zweite, der hat ja genug Zeit. Er sitzt. Und jetzt macht er... Wohoho, das Munitionslager. Nimmt er raus. Da kommt auch das LOL von ihm. Ja, das ist schön. Fünf Schüsse bisher. Zwei Kills und 3850 Schaden. Ja, not bad. So, er ist hier im Reload. Wartet da den natürlich auch dementsprechend ab. Und jetzt ist er so gut wie wieder vollgeladen. Und dementsprechend kann er jetzt sich da dem E100 oder auch dem Waffenträger widmen. Der Waffenträger. Da steht er jetzt perfekt. Erster Schuss. Zweiter Schuss. Und er könnte ihn so jetzt gar fast... Ah, er hätte ihn fast weggemacht. Aber dadurch, dass er praktisch hier den Kill bekommen hat, beziehungsweise einer seiner Mates, muss er sich zurückziehen. Aber auch die Artie darf mal so einen Waffenträger gerne mal rausnehmen. So. Er hatte zwar noch eine Granate im Magazin, aber er will lieber mit Vollmagazin sich dem E100 widmen. Dementsprechend jetzt nochmal der Reload. Und da könnt ihr zwar auf den Rheinmetall kommen, aber er braucht halt einfach noch ein bisschen. Komm schon, komm schon. Lade, lade. Da würde man jetzt am liebsten den Ladeschützen anfeuern im Spiel. Oder so, was weiß ich noch. Und Red Bull mehr geben, dass er auch mal schneller lädt. So, da haben wir schon wieder Waffenträger auf E100. Den Zweiten im Gegnerteam. Aber dem widmet er sich jetzt nicht, sondern er will den E100 haben. Der ist ja eigentlich auch schlimm genug. So, jetzt dreht der E100. Erster Treffer sitzt. Zweiter Treffer sitzt auch. Er zündet ihn sogar an. Und auch der dritte Treffer sitzt satt. Wahnsinn. 2529 Schaden. Alleine haben E100 gemacht mit einem Magazin. Und er kriegt den nächsten Achtabpraller. Wahnsinn. Er schreibt auch schon 8k Damage. Lol. Schön, dass er wirklich so zocken kann und nebenbei noch ganz easy mitchattet. Das ist nicht schlecht. Und jetzt schreibt er sogar, er würde gerne die magische Zehntausender-Grenze knacken. Aber Zehntausend bei drei Gegnern ist schwierig, um es noch nett zu sagen. So, da ist er offen. Da ist der Waffenträger. Erster Treffer. Und zweiter Treffer. Gleichzeitig der Kill. Und einen Schuss hat er noch. Und nimmt dann nochmal und ist bei 9589 Damage. Die Zehntausender-Marke, die sehe ich nicht mehr knacken. Aber Wahnsinn, mit fast 10.000 Schaden. Nur drei Kills. Das ist schon außergewöhnlich. So. Jetzt wird der rausgenommen. Jetzt lebt lediglich die Arty. Und da ist der FV gleich hinten da. Er schreibt auch schon GG, weil er weiß, da passiert nichts mehr. Arty ist weg. Damit Replay Ende. Ja, was soll man sagen? 9598 Schaden, was schon per se nicht schlecht ist. Was ich aber noch geiler finde, mit einem TD nur 1498 auf über 300 Meter zu machen und alles andere auf nähere Distanz. Finde ich sehr geil. 1630 geblockt. Wenn das kein Panzer ist und zwar nicht verdient ist, dann weiß ich es auch nicht. Von dem her, ich hoffe es hat euch so gut gefallen wie mir. Wünsche euch weiterhin auch genauso gute Runden. Viel Spaß bei World of Tanks. Euer Al Karamba.